hallo liebe bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen biertest mit mir den alten biersüffler so freunde wir haben heute was recht exotisches im programm hier auf dem gaben tisch nämlich ein kies oder käs ausgesprochen kokosnussbier und man es dauert und das ist nicht ganz ohne freunde das hat 11,9 prozent umdrehungen hier in dieser 0 33er dose ja aus dem craftbeer shop mitgenommen ich halte es mal ein bisschen dichter dass ihr das erkennen könnt also sieht schon geil aus ne schön so kokosnüsse drauf ein bisschen schokolade sehe ich da so ein riegel und schokoriegel und palmen und also das sieht schon toll aus ja ein schokoladen kokosnussbier so soll das sein ich bin gespannt ja 11,9 prozent umdrehungen haben wir temperatur wird angegeben mit zwölf grad also ich habe aus dem kühlschrank genommen jetzt hier eine weile stehen lassen ich glaube das sollten wir erreicht haben die trinktemperatur im albu hat es 35 und drin haben wir wasser gerstenmalz hafer hopfen kokosnuss und hefe ja ist ein bisschen teurer so was ist klar aber ich feiere das voll ab also das ist schon wieder so es klingt so unglaublich lecker so chocolate coconut ja das ist wieder so und das glänzt auch und und also von verpackung her also ist wieder tolle sache ich habe da bock drauf ja auch ich bin gespannt ich mach mal auf kraft beer wo da kommt es auch schon hoch offen ist jetzt freunde wow lassen wir mal laufen bin gespannt es wird ja richtig schwarz ja das dachte ich mir eine raumnote naja ein bisschen kann man noch ja gucke mal da ist es ein bier essen start gibt sich als solches zu erkennen das ist schon nicht mehr cappuccino farben das ist eine braune blume die ist wirklich braun und auch so wie sie sein soll also ja fein bis mittelporig nicht ganz so voluminös wie bei einem weizen aber man sieht schon das ist so dieses cremige was brauchen wir bei diesem liqueur bier aus bayern damals schon festgestellt haben naja ich sag mal so bei einem sehr zackhaften einschrank ist jetzt hier gerade mein finger breite blume aber das ist okay also da kritisiere ich jetzt nicht die farbe das ist wirklich das sieht aus wie so nougat schaum ja wer immer gebacken habt mit nougat mit diesen schokoriegeln denn so sieht das aus also das ist ja wirklich wahnsinn so dann schaue ich mal dagegen die softbox und ja wie nicht anders zu erwarten das kann mit dem schwarzen abt tatsächlich mithalten das ist wirklich 100 prozent blickdicht ich kann da nicht durchgucken das ist pech schwarz das ist einfach da ist keine perlange keine karbonisierung zu erkennen das ist einfach nur schwarz die schwarze der nacht aber ich will es noch mal so ein bisschen hier rein halten schaut euch doch mal bitte diese geile farbe von der blume an also macht euch das nicht appetit das ist doch wirklich aus wie so nougat schokoriegel oder so dieser schaum wenn ihr das beim backen benutzt also da finde ich sehr sehr schön optik ästhetik ein bisschen mehr volumen in der blume hätte ich mir gewünscht deswegen gibt es einen kleinen punkt abzug aber es bleiben natürlich übrig fünf von fünf schrägstrich sechs möglichen punkten das ist es mir natürlich wert weil es sieht optisch sehr sehr ansprechend und lecker aus so ist man schnuppern mal sehen was das ok so hergibt ja das ist intensiv du das ist kräftig nach alkohol also hier schon so weit das duftet wie so ein likör so ein kaffee likör also was in diese richtung schokoladen likör das ist schon durchaus ein bisschen scharf aber eben auch ja sehr süß es ist sehr süß ja malzkörper betont sowie ob da auch wirklich ordentlich zucker und schokolade drin ist auch diese kokosnuss die ist eher so dieses pikante was ich wahrnehme also diese kokosnuss kommt in die nase aber es ist so eher so ein bisschen nein nicht penetrant aber kurz davor das ist schon sehr intensiv wird halt alles so ein bisschen ummantelt durch den alkohol also so eine gewisse sprittigkeit das ist auch eine menge drin zu entdecken also da die schule und kaffee kaffee morgensen typisch für stout hast du auch so milch das ist auch so ein bisschen so wenn man so von milch kennt das ist wahnsinn leute was da alles drin ist das ist ja das sind ganz ganz viele komponenten die wirklich alle für sich selber sehr intensiv duften und auch ganz viel selbstbewusst nach vorne bringen also ein sehr sehr selbstbewusstes bouquet aber das ist alles steht für sich selbst und 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 das ist trotz dieser intensiven nuancen sehr harmonisch abgestimmt also das muss ich wirklich sagen das einzige was ein bisschen stört das ist so dieser alkoholgehalt weil den riechst du natürlich raus na also der ist nicht irgendwie retuschiert oder so da entfaltet sich ja total da bist du schon beim geruch beim bouquet benebelt sollte ich mal gespannt wollen da auf der zunge jetzt auch nicht zukommen das wird wird hammer werden quasi jetzt schon gut dass ich ein bisschen grundlage meiner trommel habe weil ansonsten die karpfen singen ihr lieben auf euch zum wohl auf dieses experiment auch das bier auf den genuss wir haben sind das gemacht wir haben sind das gemacht moment ich bin noch mein zweiter nehmen aber es hätte auch keinen grad kälter sein dürfen das ist genau richtig jetzt alter das ist ja geil das ist ja geil da passiert das gerade das 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 ist so wie ich kann ich das beschreiben das ist so wie ob schokoriegel der mir jetzt gerade einfällt der so danach schmeckt also ich wüsste jetzt keine ganz knickers nicht also so mehrmals auch nicht also schwierig aber auf jeden fall ein schokoriegel und ich weiß nicht wie die das gemacht haben das ist so wie ob wenn du wirklich so ein schokoriegel im mund hat und der zahl richtig schnell zahl geht der und wird flüssig und dann setzt er sich so auf die zunge und du hast so voll so eine süße nougat schokoladen aromantik auf der zunge drauf ein bisschen säure ist dann noch mit bei und dann kommt dieses ja dieser malz körper die hat unglaubliche bierige ja was man vom bier halt erkennt und typisch für den stout natürlich auch die rüstaromen dieses cremige sahnige also all das volle packung auf die zunge aber als allererstes hast du diesen schokoriegel der sich so richtig auflöscht im mund und dann kommt so ein bisschen diese kokosnuss auch nach vorne das ist ja der helle wahnsinn hier leute da ist ja wirklich wow das ist ja da müssen wir uns noch ein bisschen mit beschäftigen hier was mich so ein bisschen wundert was ist das saure da was ist denn das das kommt so also gleich das allererste was du wahrnimmst auf der zunge das ist ja wirklich cremig das ist ja das ist ja wie ob die sahne im mund hast das ist ja der wahnsinn scheiße macht das spaß das macht so einen spaß das ist ja geil ganz im mund schokoriegel alles voller schokoriegel im mund ich kann mir vorstellen dass einige sagen werden naja mein gott also das hat ja mit einem bier nichts mehr zu tun kann ich nachvollziehen das ist ein flüssiges dessert freunde das ist ein flüssiges dessert ein süßes dessert in einer ich nenne es jetzt mal bier variation also so stelle ich mir auch kraft hier vor was ich so entfernt von dem geradlinigen weg und sehr selbstbewusst eigene innovative und kreative komponenten mit in die rezeptur reinzubringen und das ist halt die kunst des brauns indem man eben genau dieses trifft das wirklich alles miteinander abgestimmt ist ohne aufgesetzt zu wirken und wenn ihr jetzt jemanden hat der genau auf kokosnuss steht auf diesem schokoriegel steht mit bier in kombination als dessert so als dauern ist ein schönes dessert bier dann habt ihr alles richtig gemacht dann habt ihr alles richtig gemacht ganz klar mit dynamik hat er nicht zu tun das ist noch eines gemütliches bier kleinere schlucke nehmen dran nippen schön im mundraum lassen die attribute die es besitzt komplett entfalten lassen sich darauf konzentrieren und einfach spaß haben damit damit hast du so eine halbe stunde zu tun mindestens könnte ich mir vorstellen auch schöne zigarre noch dazu doch ein schönes pfeil hier ein schöner latakiert tabak oder so da würde sich ja anbieten und dass das ist das ist geil das ist geil auch für den sommer jetzt nur muss aufpassen ich glaube das brezelt ein gut weg nach fast 12 prozent umdrehungen hat es kommen wir auch noch mal so sagen wo mein provisorium macht mir voll zu schaffen ja ihr merkt es schon mit meiner aussprache es tut mir wirklich leid ich ein koffer das kommt ja bald raus im september dann kann ich ja noch mal sprechen noch nicht die vampirzähne da auf und naja so das ist ja verblüffend ich finde das total verblüffelnd achst du das wie machen die das das ist so milch ich sah nicht und das ist wie ein schokoriegel lasst mal schokoriegel so richtig lange auf der zunge und lasst ihn mal so zergehen dann habt ihr genau den gleichen effekt nur dass es hier schneller geht dabei ist ja klar ist ja flüssig mein gott das ist lecker für den stream oder so wäre das auch ein wunderbares bier für den stream da nimmst du mal dran macht fröhlich auch also da kommt dann wieder da und dann läuft da so und gibt es noch irgendwas ja können wir so ein bisschen mehr mühe geben ja kaffee nuancen ist typisch also das ist jetzt nicht so gut sagen würde ja das ist jetzt aber vorgeholt was mich nur ein bisschen wundern ist dass diese kokosnuss nicht so richtig sie ist da zweifelsfrei nur dass sie nicht so richtig nach vorne kommt also wenn ich da so ein bounty essen würde könnt ihr bauen die noch bauen die auch so gibt es das noch ich glaube schon aber früher als kinder jetzt gibt es in blau und in rot die rot ist glaube ich mit zartbitter gewesen ich bin mir nicht sicher und wenn ihr da reinbeißt dann habt ihr richtig kokos so das ist so richtig so kokos oder habt ihr auch so kokosnuss geschmack und hier ist das nicht so also das ist so auch da aber nicht so intensiv also diese schokoriebel ist intensiver finde ich ist so wie ob die kokosnuss das ganze nur so ein bisschen ummantelt in der textur also geil es ist ein traum ja geil freuen ich finde das gut ich halte es noch mal rein dass ihr euch das mal so anschauen können so sieht das aus ja also das ist jetzt nicht alltäglich ist also ein alltag würde ich das jetzt nicht benutzen das ist doch klebrig und süß guck mal das gibt alles hier das ist ja wahnsinn das ist ja richtig klebrig das ist ja wahnsinn so würde ich sagen freunde bewertung sechs von fünf schrägstrich sechs möglichen punkten ohne bewertung hat mir sehr sehr gut geschmeckt freue ich mich jetzt noch damit weiter zu beschäftigen das war's gewesen mit diesem bietest ich sage schönen lang fürs zuschauen fürs interesse und bis zum nächsten mal ciao der pierce flach